So, liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu der Auslosung des Valentinstags-Giveaway. URL vom Video ist kopiert, einfügen, tap 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 tap, wir müssen uns heute ein bisschen beeilen, bin knapp bei Zeit. Und wir drücken auf Start und hauen uns jetzt hier den... na, macht er nicht. 52 Kommentare, Start und der Gewinner wird jetzt gleich erscheinen. Wer ist es? Andreas Rühnbrink, Hashtag Valentinstag. Ja, sehr schön, klicken wir mal drauf, gucken, ob du auch Abonnent bist, ob du auch öffentlich gestellt hast. Schauen wir mal hier nach, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, dampfgünstig, verdampft komisch, erscheint hier wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Rühnbrink. Link, bitte melde dich doch bei uns über die E-Mail-Adresse, die steht in der Beschreibung. Und dann verschicken wir dir das Paketchen. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle anderen mal wieder nicht traurig sein. Es kommen bestimmt noch weitere Gewinnspiele auf meinem Kanal. Und Kopf hoch, liebe Freunde, schön, dass ihr mitgemacht habt. Wir sehen uns im nächsten Review oder whatever. Haut da rein, schönen Tag noch. Viel Spaß, Andreas, mit dem Paket. Tschau.